Und dann steige ich ein, vielleicht erstmal mit ein paar Erläuterungen zu dem, was ich hier vorhabe. Also, ich hoffe, ihr versteht mich auch da hinten. Ja, was im Ankündigungstext für die Veranstaltung ja schon stand, ist, dass Geschlecht für die frühe kritische Theorie keine zentrale Analysekategorie gewesen ist. Das bedeutet jetzt aber eben nicht, dass sich in der Gesellschaftskritik der frühen kritischen Theorie, und ich werde nur über die frühe kritische Theorie sprechen, bedeutet eben nicht, dass sich da überhaupt keine Überlegungen zum Geschlechterverhältnis finden. Vielmehr wird man, wenn man danach sucht, die Texte mit Aufmerksamkeit für Geschlecht liest, an verschiedenen Stellen im Werk der einzelnen Autoren immer wieder Bemerkungen dazu finden. Und was ich heute Abend also machen möchte, ist, einige dieser vereinzelten Überlegungen und Thesen zusammenzutragen und diese aus einer feministischen Perspektive zu interpretieren. Das heißt, aus einer Perspektive, die Geschlecht nicht nur en passant wahrnimmt, wie das bei der kritischen Theorie eher der Fall ist, sondern eben aus einer Perspektive, die eher zentrales Augenmerk auf die Bedeutung von Geschlecht für gesellschaftliche Praxis legt. Damit gehe ich also zwangsläufig immer ein Stück weit über diese Texte auch hinaus, weil meine Aufmerksamkeit, mein Schwerpunkt halt woanders liegt. Ich knüpfe aber natürlich auch an die an. Denn, wie ebenfalls bereits im Ankündigungstext erwähnt wurde, verstand die kritische Theorie des bürgerlichen Subjekts nicht als ein transzendentales, das insofern eben auch ein geschlechtliches Neutrum darstellen würde, sondern sie reflektiert sehr wohl Asymmetrien und Unterschiede in der Konstitution männlicher und weiblicher Subjekte. Im ersten Teil meines Vortrags werde ich anhand des Exkurses zur Odyssee aus der Dialektik der Aufklärung zunächst mal grundlegende Strukturen des modernen Subjekts in ihrem Zusammenhang mit Männlichkeit und Weiblichkeit herausarbeiten. Im Mittelpunkt wird also die Interpretation von einem Mythos stehen und ich denke, was Adorno und Horkheimer mithilfe dieses Mythos versuchen zu fassen, könnte man sowas nennen wie das Subjekt in seinem idealen Durchschnitt. Ähnlich wie die Marx'sche Analyse im Kapital eben nicht auf historisch spezifische Erscheinungsformen der kapitalistischen Gesellschaft zielt, sondern deren überdauernde strukturelle Elemente in den Blick nimmt, zielen, denke ich, auch die Überlegungen des Odyssee-Exkurses stärker auf allgemeine, ja quasi überzeitliche, überhistorische Strukturen, in dem Fall eben nicht des Kapitalverhältnisses, sondern des modernen Subjekts. Gleichzeitig, und darum soll es dann im zweiten Teil gehen, finden sich in der kritischen Theorie jedoch auch Überlegungen, die stärker auf eine historisch spezifische Konstitution von Subjektivität, Männlichkeit und Weiblichkeit abzielen. Zumindest ist meine Interpretation so. Es wird im zweiten Teil also um sowas wie Zeitdiagnosen der kritischen Theorie gehen, in der sie ihre Gegenwart, das heißt die bürgerliche Gesellschaft der 1930er bis 1960er Jahre, Zeitdiagnosen, in der die kritische Theorie also ihre Gegenwart in den Blick nimmt. Diese Phase bürgerlicher Gesellschaft wird von der kritischen Theorie mit verschiedenen Begriffen belegt. Es ist die Rede mal von Spätkapitalismus, mal von der verwalteten Welt, oder von der eindimensionalen Welt, wie es bei Marcuse heißt. Und diese verschiedenen Begriffe akzentuieren natürlich immer verschiedene Aspekte einer gesellschaftlichen Entwicklung. Man könnte natürlich auf diese Unterschiede nochmal irgendwie näher eingehen, ich glaube aber für das, was ich vorstelle, ist das nicht so wichtig, sondern zentral ist einfach, dass hinter all diesen Begriffen die Beobachtung steht, dass sich die bürgerliche Gesellschaft mit dem Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert in entscheidenden Zügen gewandelt hat. Dazu möchte ich noch kurz so ein bisschen, einfach, dass ihr das als Hintergrundwissen später irgendwie für meine Ausführungen parat habt, ein paar Sätze verlieren. Also inwiefern, was wandelt sich aus Sicht der kritischen Theorie mit dem Übergang vom 19. bis 20. Jahrhundert? Ja, was sich verändert, ist zunächst mal das Verhalten des Staates oder die Rolle des Staates. Kam diesem eben in der liberalen Phase des 19. Jahrhunderts lediglich die Funktion eines Nachtwächters zu, der die grundlegenden Bedingungen setzt, auf deren Basis sich dann zahlreiche Einzelkapitale, also die klassischen Familienunternehmen, in der Konkurrenz gegenübertreten. So lassen sich eben mit dem Übergang zum 20. Jahrhundert zwei neue Tendenzen beobachten. Zum einen wurde infolge der sogenannten Gründerkrise oder des Gründerkrachs um 1873 die liberale Wirtschaftspolitik aufgegeben und stärker auf eine staatliche Steuerung wirtschaftlicher Prozesse gesetzt. Beispiele dafür wären einerseits die bismarckischen Schutzzölle, aber eben auch die Sozialgesetzgebung. Zum anderen lässt sich für diesen Zeitraum eine zunehmende Konzentration von Kapital feststellen, wobei an die Stelle einer großen Zahl voneinander unabhängiger, getrennt und in Konkurrenz zueinander agierender Unternehmen eben zunehmend Monopole und Kartelle treten, die durch ihre Größe in der Lage sind, die Mechanismen des Marktes zu manipulieren oder gar auszuhebeln. Die grundlegende gesellschaftliche Tendenz, durch die die kritische Theorie den Spätkapitalismus charakterisiert, ist die einer zunehmenden Amalgamierung der Einzelkapitale auf der einen Seite sowie ein Zusammenrücken von Staat und Kapital. Und ja, das bildet einfach nur mal so den Hintergrund an Entwicklungen, vor diesem Hintergrund beobachtet die kritische Theorie dann eben auch Veränderungen in der Subjektkonstitution. Das ist einfach als Hintergrundwissen, damit meine Erläuterungen im zweiten Teil hoffentlich zumindest einigermaßen plausibel wissen, wollte ich das mal voranstellen. Und in dem letzten Teil werde ich dann eben versuchen, deutlich zu machen, inwiefern die Überlegungen der kritischen Theorie zur Subjektkonstitution, Männlichkeit und Weiblichkeit meiner Meinung nach fruchtbar gemacht werden können. Für zwei Dinge, nämlich einmal für eine kritische Einschätzung gegenwärtiger Entwicklungen im Geschlechterverhältnis und aber auch zum Zweiten für die Formulierung dessen, was Emanzipation im oder vielleicht sollte man besser sagen vom Geschlechterverhältnis heißen könnte. Und wie ihr schon seht, habe ich eine Präsentation mitgebracht. Also ich werde versuchen, die Überlegungen der kritischen Theorie zu Subjekt, Männlichkeit und Weiblichkeit anhand von ausgewählten Zitaten darzustellen. Und ich habe dazu immer jeweils Bilder mitgebracht, die auch nochmal so ein bisschen einen anderen Zugang zu den Zitaten, die ja nicht immer auf Anblick so ganz leicht verständlich sind, einen bisschen anderen Zugang zu diesen Bildern, nein, zu den Zitaten zu ermöglichen. Und die Zitate werden dann auch immer nochmal an die Wand geworfen. Also auch, falls ihr vielleicht zwischendrin aussteigen sollte, nicht ganz verständlich ist irgendwie, worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Hoffnung, dass ihr zumindest über die Zitate an der Wand dann immer ein bisschen nachvollziehen könnt, was ich eigentlich meine hier vorne. Wie gesagt, werde ich jetzt anfangen mit dem Exkurs bis zur Odyssee aus der Dialektik der Aufklärung. Was das Bild zeigt, ist eben diese Episode von Odysseus' Vorbeifahrt an der Insel der Sirenen, der an den Mast gebundene Odysseus, die rudernden Gefährten und hier die Sirenen eben als weibliche Wesen dargestellt. Und das Zitat, mit dem ich einsteigen möchte, kennen wahrscheinlich einige von euch. In der Dialektik der Aufklärung heißt es eben, Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das selbst der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war. Die prototypische Verkörperung dieses Selbst, dieses identischen, zweckgerichteten, männlichen Charakters ist für Adorno und Horkheimer eben Odysseus. Wie im Zitat anklingt, sieht die Dialektik der Aufklärung dieses Selbst, diesen männlichen Charakter, nicht in einer wie auch immer gearteten Natur des Mannes begründet, sondern versteht eben dieses Selbst, diesen männlichen Charakter, als Resultat eines historischen Prozesses. Das heißt ja eben, dieses Selbst wurde im Rahmen eines furchtbaren Prozesses, einer langen, furchtbaren Entwicklung geschaffen. Wie in dem Zitat ebenfalls Reutz angedeutet wird, verstehen Adorno und Horkheimer dieses moderne Subjekt als männlich. Und damit ist weitaus mehr gemeint, als dass Frauen lange Zeit, ungeachtet des bürgerlichen Bekenntnisses zu Gleichheit und Freiheit, der Status voller Bürgerinnen vorenthalten würde, vielmehr wird Subjekt sein, eben als eine spezifische Form des Selbst- und Weltverhältnisses, wie Andrea Mayhofer das genannt hat, verstanden. Und dieses spezifische Selbst- und Weltverhältnis des Subjekts ist eben aufs engste mit Herrschaft, im Klassen- und im Geschlechterverhältnis verknüpft. Am Beispiel des Odysseus zeigen Adorno und Horkheimer, dass ein Subjekt zu sein bedeutet, Herr seiner selbst zu sein. Das Subjekt ist dabei zugleich ein Herrschendes, wie ein Beherrschtes. Es muss Triebe, also die sogenannte eigene innere Natur, unterdrücken, was besonders bedeutet, sexuelle Lüste zu kontrollieren, Herr der eigenen Lüste zu werden. Und das Subjekt muss Gefühle und emotionale Bindungen verdrängen. Das Subjekt muss also einen Teil des Selbst, Triebe, Gefühle abspalten und zum Gegenstand der Kontrolle, wie zum Objekt seiner Beherrschung machen. Und diese Abspaltung und Unterwerfung eines Teils des Selbst begünstigt dann gleichzeitig eben den Mechanismus der Projektion, Was als Teil des eigenen Selbst nicht akzeptiert werden kann oder nicht akzeptiert werden darf, wird der äußeren Umgebung zugeschrieben und dadurch erscheint diese äußere Umgebung dann eben nochmals bedrohlicher, als sie ja schon ohnehin wäre. Also das, was mir äußerlich ist, entzieht sich ja immer schon ein Stück weit meiner Kontrolle und wenn dieses, was ich als äußerlich wahrnehme, nochmal was ist, was ich in mir selbst, an mir selbst nicht akzeptieren darf, dann wird das quasi doppelt bedrohlich. Damit muss das Subjekt eben diese äußere Welt zu beherrschen und unterwerfen trachten. Konstitutiv für das moderne Subjekt ist also eine Dialektik von Herrschaft und Unterwerfung, die gleichermaßen das individuelle Verhältnis zu sich selbst, also Kontrolle, Triebe, Abspaltung von Gefühlen, wie überhaupt das Verhältnis zur Welt kennzeichnet. Im Übrigen könnt ihr gerne Zwischenfragen stellen, wenn was nicht deutlich wird, nicht verständlich ist, was ich hier erkläre. Also soweit mal zum Subjekt überhaupt, seine Verstrickung in Herrschaft und Unterwerfung, was jetzt aber, glaube ich, noch nicht wirklich deutlich geworden ist, was diese Konstitution des Subjekts mit Herrschaft im Klassen- und Geschlechterverhältnis zu tun hat. Und ich glaube, dazu ist es ganz sinnvoll, also um diesen Zusammenhang herauszuarbeiten, ist es ganz sinnvoll, wieder zu diesem Bild von der Vorbeifahrt an der Insel der Sirenen zurückzukehren. Der Gesang der Sirenen, die hier eben bereits als Frauen dargestellt sind, verspricht ja ein Wissen, das zugleich lustvoll wie bedrohlich ist. Der Gesang der Sirenen zieht magisch an, aber wer dieser Verlockung erliegt, bezahlt dafür mit dem Tod. Jetzt hat Odysseus aber Vorkehrungen getroffen, dass er dem Gesang lauschen kann, ohne gleichzeitig der Verlockung zu erliegen und deswegen mit dem Tod bezahlen zu müssen. Den Gefährten, die das Schiff an der Insel vorbeirudern müssen, hat er die Ohren mit Wachs verstopft. Das heißt, er hat ihre Disziplinierung, er ist ja auch ihr Herr, er hat ihre Disziplinierung in die Hand genommen. Die Gefährten vernehmen nichts vom Gesang und seinen Versprechungen und sind eben genau dadurch in der Lage, ihrer Arbeit nachzukommen. Sich selbst dagegen hat Odysseus an den Mast binden lassen, was man natürlich in gewissem Sinne als ein Eingeständnis seinerseits interpretieren kann, dass er davon ausgeht, dass er wahrscheinlich dieser Verlockung der Sirenen von sich aus auch nicht ganz in der Lage ist, der zu widerstehen. Ist also ein Eingeständnis, dass Odysseus die nötige Selbstkontrolle fehlen könnte, aber genau deswegen hat er ja Anordnungen getroffen, die einen solchen Selbstverlust verhindern. Und insofern ist er zwar natürlich gefesselt, aber ich denke, der entscheidende Unterschied zu den Gefährten ist halt, dass Odysseus ja selbst seine Fesselung angeordnet hat. Insofern ist auch diese äußere Fesselung, dass Odysseus schon wieder ein Akt der Selbstdisziplinierung, während ich sagen würde, dieses den Gefährten die Ohren mit Wachs verstopfen, ist ein Akt der Fremddisziplinierung. Ja, wenn wir wieder zu den Sirenen irgendwie uns die genauer anschauen, dann verkörpern die also eine Bedrohung, dieses herrschaftlichen Selbst des Odysseus. Und was ich denke, aus einer geschlechtertheoretischen Perspektive noch ganz interessant ist, ist, dass die Sirenen in den älteren Überlieferungen eigentlich nicht als eindeutig weiblich oder als Frauengestalten dargestellt sind, sondern sie sind in den ältersten Überlieferungen eigentlich eher vogelartige Wesen, manchmal sogar mit Bärten dargestellt. Und ich würde das so interpretieren, dass die mit den Sirenen verbundenen Wünsche und Sehnsüchte, die das Selbst niederhalten muss, ursprünglich vielleicht jenseits von Zweigeschlechtlichkeit angesiedelt waren und erst mit der Zeit eben die Gestalt einer lockend verderbenden Weiblichkeit angenommen haben. Eine konkrete weibliche Gestalt nimmt Verführung in der Odyssee dann eben erst mit der Figur der Kirke an. Dabei ist aber auch die Kirke ähnlich wie die Sirenen kein gewöhnliches menschliches Wesen, sondern sie ist eine Göttin, die Männer verführt und die, die ihren Verführungskünsten erliegen, dann eben in Tiere verwandelt. Also da unten sieht man ja auch so einen Hund oder Fuchs oder was das genau sein soll. Und da hinten ein Pferd. Ja, und Odysseus kommt eben mit seinen Gefährten irgendwie bei Kirke an und einfällt es, wie die Gefährten nun mal sind, können die Kirkes Scham nicht widerstehen. Sie werden dann eben auch von ihr in Tiere verwandelt und bei Odysseus verhält sich das dagegen wieder ganz anders. Odysseus ist nämlich von Hermes, man könnte sagen, in einem Akt der Männerkumpanei, mit einem Zauberkraut ausgestattet worden und aufgrund dieses Zauberkrauts kann Odysseus eben Kirkes Scham widerstehen und gerade weil er ihr widersteht, gibt sie sich ihm hin, ohne ihm etwas anzutun, ohne ihn in ein Tier zu verwandeln. Mehr noch, Kirke gibt Odysseus dann eben auch den entscheidenden Tipp, wie er sich gefahrlos dem Gesang der Sirenen aussetzen kann und das kommentieren Adorno und Horkheimer dann wie folgt. Dem, der ihr widerstand, dem Herrn, dem selbst, will Kirke zu Willen sein. Die Kraft Kirkes, welche die Männer als Hörige sich unterwirft, geht über in ihre Hörigkeit dem gegenüber, der als Entsagender ihr die Unterwerfung aufkündigte. Der Einfluss auf Natur, den der Dichter der Göttin Kirke zuschreibt, schrumpft zusammen zur priesterlichen Weissagung und gar zur klugen Voraussicht in kommende nautische Schwierigkeiten. Die Prophezeiungen der deportenzierten Zauberer von Sirenensküller und Charybdis kommen am Ende doch wieder nur der männlichen Selbsterhaltung zugute. Das heißt, Kirke wird von der Bedrohung und der Stütze von Odysseus Selbstbehauptung und sie bewährt sich genau damit, wie Adorno und Horkheimer schreiben, als erster weiblicher Charakter. Während Kirke jetzt also zumindest anfänglich eine Bedrohung des männlichen Selbst darstellt, so kommt Odysseus Gattin Penelope eine ganz andere Rolle zu. Sie wartet zu Hause auf Ithaka, auf die Rückkehr des Herrn und Helden des Trojanischen Kriegs. Sie muss dessen Eigentum in seiner Abwesenheit verteidigen, ihm gegenüber loyal bleiben und darf dann eben das Gehärtete selbst, das nach seinen zahllosen Abenteuern zurückkehrt, als denselben anerkennen. Wo diese Reden außerhalb der bürgerlichen Ordnung und wie ich denken würde, eben ursprünglich zumindest auch außerhalb der Zweigeschlechtlichkeit stehen und von der Gestalt der Kirke immerhin noch so etwas wie erotische Initiative ausgeht, ist Penelope also fester Bestandteil der bürgerlichen Ordnung. Was sie mit dem männlichen Charakter Odysseus teilt, ist ihre Situierung innerhalb dieser bürgerlichen Eigentumsordnung, sowie die Anwendung von Ratio und List. Gleichzeitig sind aber die Voraussetzungen von Odysseus und Penelope, denke ich, grundsätzlich verschiedene. Denn während sich der männliche Charakter Odysseus ja gerade in der aktiven Bewältigung von Abenteuern entwickelt, kommt seiner Gattin eben ja lediglich eine komplementäre Funktion zu, aus meiner Sicht. Dabei ist was zentral, was Adorno und Horkheimer eigentlich weitgehend voraussetzen. Und was auch damit zusammenhängen mag, dass eben ihre Interpretation von Odysseus ganzer Geschichte ja erst mit der Odyssee einsetzt. Und die Odyssee, das ist ja die Beschreibung der Abenteuer, die Odysseus auf dem Weg, also sich auf den Weg macht vom Trojanischen Krieg, der zu Ende ist, zurück nach Ithaka. In dieser Zeit ist eben die Odyssee angesiedelt und voraus geht, also der Odyssee ja eigentlich genau, dass Odysseus seine Familie, sein Reich verlässt, dass er eben in den Krieg zieht. Und von daher mag diese Vernachlässigung des Unterschieds, Odysseus ist räumlich mobil, kann reich, Familie verlassen, Penelope genau das nicht. Also mag die Vernachlässigung dieser Tatsache, ja Tatsache ist natürlich ein bisschen unpassendes Wort, wenn man von einem Mythos spricht, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, dieser Unterschied zwischen Odysseus und Penelope, den Adorno und Horkheimer eben aus meiner Sicht nicht genug betonen, mag auch damit zusammenhängen, dass ihre Interpretation eben mit der Odyssee erst einsetzt und also der Moment, an dem Odysseus seine Familie, sein Reich verlassen hat, einfach bei ihnen schon zurückblickt und nicht mehr Gegenstand ihrer Interpretation ist. Ja, wie gesagt, diese räumliche Mobilität, die sich bei Odysseus findet und dieses Verlassen des angestammten Platzes ist Penelope nicht möglich. Sie repräsentiert eben vielmehr das Eigentum Odysseus in dessen Abwesenheit und sie erscheint in der Geschichte als an Ithaka gebunden. Dort, und das ist eben auch in diesem Bild hier zu sehen, auf Ithaka wird Penelope in der Abwesenheit Odysseus von Freiern bedrängt. Die wollen sie heiraten und sich damit eben auch das Eigentum des Odysseus, wobei Eigentum, da glaubt, mehreres meint, also zum einen Odysseus Gattin und durch sie vermittelt eben dann Odysseus Grundbesitz, sein Reich. Das wollen die Freier sich eben aneignen und diesem Drängen kann sich Penelope nur dadurch widersetzen, dass sie eben listig ist. Sie behauptet nämlich, sie kann erst wieder heiraten oder eine Entscheidung über ihren künftigen Gatten treffen, wenn sie ein Totentuch zu Ende gewebt hat und sie webt dann immer untertags und sie trennt nachts aber eben das Gewebte wieder auf und so kann sie sich die Freier eben erst mal vom Leib halten. Ja, während eben diese räumliche Immobilität beziehungsweise Mobilität, also ein Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Charakter darstellt, stellt eben die Berufung auf List und Ratio eine Gemeinsamkeit dar. Und Penelope erweist sich nicht nur in der Abwehr der Freier als Listig, sondern auch in dem Moment, wo Odysseus nach Ithaka zurückkehrt. Odysseus gibt sich nämlich, als er in Ithaka landet, nicht gleich als der zu erkennen, der er ist, nämlich der Herr dieser Insel, sondern er verkleidet sich als Bettler und nähert sich auch in dieser Verkleidung erstmals seiner Frau. Und anders als es jetzt der berühmt-berüchtigte weibliche Instinkt vermuten lassen würde, kann Penelope in dieser heruntergekommenen Gestalt nicht sofort und intuitiv ihren Odysseus erkennen, sondern sie unterzieht ihm eben erst mal einen Test. Dabei geht es um das Ehebett. Odysseus hat das geschreinert und dieses Ehebett ist irgendwie um einen Baum herum gebaut und damit unverrückbar. Und Penelope stellt ihn eben auf die Probe, indem sie erst mal so tut, dass man dieses Ehebett verschieben könnte. Und das kann ja nur Odysseus wissen, dass das eben nicht der Fall ist. Penelope testet ihn eben und als er diesen Test erfolgreich besteht, erst dann erkennt sie in ihm eben ihren Gatten und den Fürst von Ithaka. Wie Adorno und Horkheimer knapp kommentieren, findet sich bei Penelope also keine spontane, unwillkürliche Geste des liebevollen Erkenntnens. Vielmehr mustert sie den Heimgekehrten misstrauisch, ob er nicht wirklich nur ein alter Bettler oder gar ein abenteuernder Gott sei. Keine spontane Regung kommt auf, sie will nur keinen Druck, keinen Fehler begehen, kann es sich auch unter Druck der auf ihr lastenden Ordnung kaum gestatten. Macht die Hethere, damit ist Kirke gemeint, die patriarchale Wertordnung sich zu eigen, so ist die monogame Gattin selbst damit nicht zufrieden und ruht nicht, bis sie sich dem männlichen Charakter selber gleichgemacht hat. Was Penelope aus Sicht von Adorno und Horkheimer zum männlichen Charakter macht, beziehungsweise sie sich an diesen angleichen lässt, ist die rationale Kalkulation, ob eben diese abgerissene Gestalt auch tatsächlich derjenige ist, der rechtmäßige Ansprüche auf das Reich stellen kann. Gleichzeitig wird in dem Zitat aber eben auch angedeutet, dass Penelope auch kaum anders kann, als listig vorzugehen. Der Druck der gesellschaftlichen Ordnung lastet auf ihr, sie darf keinen Fehler machen. Und auch was die monogame Treue angeht, die Penelope Odysseus hält, während er ja im Zuge seiner Abenteuer auch diverse Affären unterhält, nicht nur mit Kirke, sondern da gibt es auch noch die Nymphikalypso. Auch die monogame Treue, die Penelope Odysseus hält, erscheint nicht ausschließlich auf Selbstdisziplinierung zu beruhen. Vielmehr wird, denke ich, deutlich am Schicksal der Mägde, die sich mit den Freiern eingelassen haben. Die werden nämlich von Odysseus nach seiner Rückkehr ermordet. Und ich denke, in diesem Schicksal der Mägde ist eigentlich auch implizit eine Drohung drin, mit der auch Penelope rechnen müsste, wenn sie eben nicht ihrem Gatten treu bleibt. Was darin aufscheint, ist, denke ich, was wir auch schon am Beispiel der Gefährten hatten, dass es eben aufgrund der unterschiedlichen Positionierung im Klassen- und Geschlechterverhältnis, zwar mag sich Penelope laut Adorno und Horkheimer dem männlichen Charakter angleichen, aber irgendwie über dieser Selbstdisziplinierung, die irgendwie der weibliche Charakter, die vielleicht auch die Gefährten an den Tag legen müssen. Über diese Selbstdisziplinierung droht dann doch immer noch die Disziplinierung von außen, durch den Herrn, durch denjenigen, der aufgrund des Klassen- und Geschlechterverhältnisses halt nochmal in der Hohposition ist, diejenigen, die unter ihm stehen, zu disziplinieren. Als Fazit lässt sich damit festhalten, dass sich das moderne männliche Subjekt gleichzeitig in der Trennung von der Familie, das heißt im Suspendieren emotionaler Bindungen und der Trennung von und Unterwerfung der Natur konstituiert. Soziale Herrschaft, also über die Arbeitskraft anderer und oder die Sexualität anderer, erweist sich dabei als Voraussetzung der Selbstdisziplinierung. Wer im Klassen- und Geschlechterverhältnis nicht in der Position ist, über sich selbst zu verfügen, wird eben von außen diszipliniert. Und da er oder sie die nötige Selbstdisziplin zu vermissen erscheinen lässt, erscheint er oder sie gleichzeitig als sowas wie naturhaft, triebgesteuert, rational. Ich hoffe, das war bis hierhin einigermaßen nachvollziehbar, weil dann würde ich jetzt zum zweiten Teil kommen, nämlich weg von den Auseinandersetzungen mit Männlichkeit und Weiblichkeit im Mythos, hin zu einer stärker historisch-spezifischen Konstellation von Subjektivität und Geschlecht. Denn neben diesen mythischen, oder neben der Beschäftigung mit mythischen Männern und Frauen gestalten, finden sich in der kritischen Theorie auch solche, die meines Erachtens eben als zeitdiagnostische Momentaufnahmen von Männlichkeit und Weiblichkeit im Spätkapitalismus fungieren. Das heißt, im Folgenden geht es um die Frage, welche Veränderungen Männlichkeit und Weiblichkeit im Spätkapitalismus erfährt, oder man könnte das auch anders formulieren, was wird im Spätkapitalismus aus dem männlichen und weiblichen Gestalten der Odyssee. Der Odysseus aus der Dialektik der Aufklärung transformiert sich in den Minimamoralia zum spätkapitalistischen He-Man. Und gemeint ist damit, wir hatten es vorhin schon mal, meines Erachtens also nicht die Mattel-Figur oder Comic-Figur He-Man, das war erst nach Adornos Zeit, sondern glaubt, eher diese Gestalt hier. Dieser moderne Typus von Männlichkeit, dieser He-Man, verachtet, was nicht nach Rauch, Leder und Rasiercreme riecht, zumal die Frauen, die eben darum ihm zufliegen. Das Ideal zwischenmenschlicher Beziehungen ist in der Club die Stätte eines auf rücksichtsvoller Rücksichtslosigkeit gegründeten Respekts. Die Freuden solcher Männer haben allesamt etwas von latenter Gewalttat. Dem Anschein nach droht sie den anderen, deren so einer in seinem Sessel hingerekelt es nicht mehr bedarf. In Wahrheit ist es vergangene Gewalt gegen sich selber. Zentrales Moment männlicher Subjektkonstitution ist für Adorno in diesem Zitat eben ähnlich wie im Odyssee-Exkurs Versagung und Gewalt, aber eben nicht als von außen auferlegte, sondern als eine Selbstdisziplinierung. Und das habe ich ja schon erwähnt, also Odysseus hatte ja seinen Gefährten eben befohlen, ihn an dem Mast zu fesseln, damit er dem Gesang lauschen kann, aber der Verlockung und Bedrohung nicht erlegt. Gleichzeitig hatte Odysseus den ihm untergeordneten Gefährten die Ohren mit Wachs verstopft, also sie diszipliniert. Damit kann man denke ich sagen, dass Odysseus' Männlichkeit in gewissem Sinne noch eine Exklusive war, die eben auf seiner Stellung als Herrscher beruhte. Nur der Herr hatte sich selbst zu disziplinieren, die Disziplinierung der Untergeordneten wurde eben durch den Herrn in die eigene Hand genommen. Demgegenüber ist, denke ich, dieser Typus von Männlichkeit, den Adorno hier beschreibt, im gewissen Sinne demokratisiert. In diesem Aphorismus, Tough Baby ist es, in dem Minima Moralia heißt es nämlich weiter, noch dem letzten Bankangestellten wird von den Filmhelden eben diese Art von Männlichkeit vorgemacht. Die Aufforderung, die also von der Kulturindustrie ausgeht, ist, dass jetzt auch der nichtbesitzende Mann sich eben diese Art von Männlichkeit aneignen kann und aneignen soll. Wenn man sich jetzt dem zuwendet, was aus der zu Hause auf Odysseus wartenden Penelope geworden ist, dann kann man, glaube ich, so zwei Entwicklungen beobachten. Zum einen wird der kritischen Theorie zufolge Penelope durch den Typus der Hausfrau und Konsumentin abgelöst. Zum anderen ist sie dem der berufstätigen Frau gewichen. Hier eben die berufstätige Frau. Mit dem Niedergang des klassischen Liberalismus, mit seinem Typus des männlichen Familienunternehmers, sind eben Frauen als Angestellte nun so selbstständig wie die unselbstständigen Männer. Weiter heißt es, in der Zulassung der Frauen zu allen möglichen überwachten Tätigkeiten verbirgt sich die Fortdauer ihrer Entmenschlichung. Sie bleiben im Großbetrieb, was sie in der Familie waren, Objekte. Frauen sind also im Spätkapitalismus ebenso wie Männer zu Objekten des Produktionsprozesses geworden, beobachtet die kritische Theorie. Diese Selbstzurichtung als Arbeitskräfte in einem empfremdeten Arbeitsprozess verlangt Frauen eine ähnliche Gewalt gegen sich selbst ab wie dem He-Man, nämlich Unterdrückung von Triebrägung, Selbstdisziplinierung. Dabei behauptet die kritische Theorie aber nicht, dass Frauen jetzt dem männlichen Charakter dadurch vollkommen gleich oder gar ebenbürtig geworden werden. Vielmehr geht sie davon aus, dass sich trotzdem Asymmetrien im Geschlechterverhältnis fortschreiben. So heißt es in der Dialektik der Aufklärung eben, dass die Frau nichtsdestotrotz als Repräsentantin der Natur in der bürgerlichen Gesellschaft fungiert, wodurch sie zum Rätselbild von Unwiderstehlichkeit und Ohnmacht wird. Das heißt also, diese Assoziation von Frauen mit Natur, die wir am Beispiel der Sirenen hatten, ist auch im Spätkapitalismus nicht gebrochen. Und ich denke auch daran, was jetzt die kritische Theorie nicht explizit reflektiert, welche beruflichen Tätigkeiten Frauen eben offen stehen, gerade zu dieser Zeit. Hier sind das ja Sekretärinnen oder wie das bei Horkheimer mal heißt, Tippfräuleins. Auch daran zeigt sich ja, dass Asymmetrien im Geschlechterverhältnis mit dem Spätkapitalismus nicht der Vergangenheit angehören, sondern durchweg also in einer veränderten Form halt fortbestehen. Soviel zum Typus der berufstätigen Frau. Als Hausfrau und Konsumentin der andere Typus, der Penelope ablöst, ist die Frau wiederum der Produktionssphäre nur entronnen, um von der Sphäre der Konsumtion umso vollkommener aufgesaugt zu werden, gebannt in der Unmittelbarkeit der Warenwelt, so wie die Männer fixiert sind an die Unmittelbarkeit des Profits. Das Unrecht, das die männliche Gesellschaft den Frauen angetan hat, wird ihr von diesen zurückgespiegelt, sie gleichen den Waren sich an. Wenn gerade die Rede davon war, dass Weiblichkeit auch im Spätkapitalismus nach wie vor mit Natur assoziiert wird, dann scheint dieses Zitat natürlich erstmal in die total entgegengesetzte Richtung zu gehen, weil die Angleichung an Waren oder die Ware überhaupt erscheint ja erstmal als ein extremer Gegenpol zur Natur. Ich denke verständlich oder diese Widersprüchlichkeit relativiert sich zu einem Teil, wenn man das Zitat so liest, dass Adorno damit eigentlich diese angeblich größere Naturnähe von Frauen oder des Weiblichen als einen falschen Schein, könnte man es nennen, entlarven will. Dass Frauen, und hier müsste man ergänzen, Frauen der bürgerlichen Schichten, denn proletarische Frauen waren ja gerade im Frühkapitalismus als extrem billige Arbeitskräfte, wurde sehr gern auf Frauen zurückgegriffen. Sie waren in den Produktionsprozess eingebunden. Dass also bürgerliche Frauen historisch jetzt nicht im gleichen Maß in den Produktionsprozess eingebunden waren, bedeutet für Adorno nicht, dass sie deswegen in irgendeinem Sinne außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft stünden. Ich denke, das macht dieses Zitat sehr deutlich. Und ähnliche Überlegungen formuliert Adorno dann auch noch noch in dem Brief an Erich Fromm, der schon ein paar Jahre vorher verfasst wurde. In diesem Brief an Fromm vermutet Adorno, dass heute die Frau in gewissem Maße mehr vom wahren Charakter beherrscht wird als der Mann und dass sie als Agentur der Ware in der Gesellschaft voriert. Im engsten Zusammenhang damit scheint mir zu stehen, dass die Frauen und ihr spezifisches Konsumentenbewusstsein sehr viel mehr als Kitt zu betrachten sind, als zum Beispiel die Familienautorität mit ihrer asketischen Sexualmoral, die heute längst brüchig ist, ohne dass dadurch etwas Entscheidendes am bürgerlichen Charakter geändert wäre. Adorno vermutet also, dass die Frau gerade durch ihren Ausschluss aus der Produktion besondere Züge des Bürgers, wenn auch andere als der Mann entwickelt hat. Das heißt, aus einer gewissen zumal noch erzwungenen Distanz von Frauen aus dem Produktionsprozess kann sich für Adorno noch keine Hoffnung gründen, dass die Welt an dem weiblichen produktionsfernen Wesen genesen möge, wie das ja eine Hoffnung war, die bisweilen in manchen Strömungen feministischer Theorie formuliert wurde. Auch die weniger über Produktion, denn über Konsumvergesellschafteten erscheinen bei Adorno als eben dies nämlich vergesellschaftet. Auch sie stehen keineswegs transzendent zur Gesellschaft, sondern sie entwickeln bürgerliche Züge, wenn auch vielleicht andere als der Mann. Während für die Konstitution des männlichen Charakters jedoch Trieb Verzicht als zentral erschien, so scheint für den spätkapitalistischen weiblichen Charakter Wahn, Konsum eine zentrale Rolle zu spielen. Im spezifischen Konsumentenbewusstsein der Frau vermutet Adorno den entscheidenden Kitt, der die bürgerliche Gesellschaft ihren Widersprüchen zum Trotz zusammenhält. Wenn die spätkapitalistische Frau sich zudem tendenziell den Wahn angleicht, wie Adorno zu beobachten meint, dann ist sie auch keine Sirene, von der eine diffuse, bedrohliche, die bürgerliche Ordnung sprengende Verlockung ausgeht. Zwar gehören Vorstellungen von dem ewig lockenden Weiblichen, ins Verderben führenden Weiblichen, zwar keineswegs der Vergangenheit an, tatsächlich aber, so zumindest die kritische Theorie, gefährdet eine Zulassung von einem gewissen Maß an Erotik, Sexualität und Lust die spätkapitalistische Gesellschaft nicht im geringsten. Also was ausgeschlossen wird, ist diese absolute Bedrohung irgendwie, die noch durch die Sirenen eines ganz anderen, was quasi durch die Sirenen symbolisiert wurde und jetzt aber wird so ein gewisses Maß an Erotik, Sexualität, Lust durchaus zugestanden. Hier macht eben Adorno wieder eine Beobachtung von Veränderung im Spätkapitalismus. So heißt in dem Aufsatz Sexual, Tabus und Recht heute Die Rationale Gesellschaft, die auf Beherrschung der inneren und äußeren Natur beruht und das Diffuse der Arbeitsmoral und dem herrschaftlichen Prinzip selber abträgliche Lustprinzip bedingt, bedarf nicht länger des patriarchalischen Gebots von Enthaltsamkeit, Jungfräulichkeit und Keuschheit, sondern der an- und abgestellte, gesteuerte und in ungezählten Formen von der materiellen und kulturellen Industrie ausgebeutete Sexus wird im Einklang mit seiner Manipulation von der Gesellschaft geschluckt, institutionalisiert, verwaltet. Als Gezügelter ist er geduldet. Das heißt, sexuelle Freiheit ist für Adorno zu einem Moment der verwalteten Welt und ihrer Kulturindustrie geworden, aber in dem Maße, wie sie in diese eingebaut ist, entbehrt sie ja gerade dem, was Freiheit eigentlich bedeuten würde und was Adorno in demselben Aufsatz eben als das eigentlich sexuelle Aroma bezeichnet, nämlich eben genau diese Gefahr des Selbstverlustes an das Andere oder an den Anderen, an die Andere, was ja auch die Gefahr der Seren dargestellt hat. Diese Gefahr ist im Spätkapitalismus und in den sexuellen Liberalisierungstendenzen des Spätkapitalismus bereits gebannt. Deswegen sind eben diese Tendenzen einer sexuellen Liberalisierung in der spätkapitalistischen Gesellschaft für Adorno wieder so was wie eine Scheinbefreiung. Sie verweisen nicht auf eine Zunahme an tatsächlicher Freiheit und Erfüllung, sondern sind veränderten gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen geschuldet. Während eben der protestantische Geist, wie das bei Max Weber heißt, während dieser protestantische Geist des sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft Sexualität und Erotik einst mit einem Tabu belegt hat, so werden eben beide in der entfalteten Warenproduktion der spätkapitalistischen Gesellschaft in den Dienst genommen. Der Konsum bestimmter Waren dient dem Sexappeal und umgekehrt lässt der Sex bestimmte Waren erst als begehrenswert erscheinen. Die Angleichung an Waren, die Adorno eben zu beobachten meint, ist aber nicht beschränkt auf Frauen und auch nicht auf die Sexualisierung von Waren im Dienste ihrer Absatzsteigerung. Vielmehr zeigt sich an den Frauen der herrschenden Klasse, dass sie seit jeher die Funktion hatten, den Status ihres Meisters zu bekräftigen, nur diese generelle Tendenz einer Angleichung der Konsumenten an die zugleich durchschauten Kulturwahn besonders deutlich. Also es ist nicht nur ein Phänomen, was jetzt irgendwie auf die Frauen beschränkt wäre, aber besonders deutlich dort ablesbar. Die Tendenz, sich selbst zum Ding zu machen, sich der eigenen kaum mehr, also im Eigen muss man da wirklich schon in Anführungsstriche setzen, die Tendenz, sich selbst zum Ding zu machen, sich der eigenen veräußerlichten Eigenschaften je nach Situation zu bedienen, ist der kritischen Theorie zufolge eben nicht auf die Frauen beschränkt, sondern eine übergreifende. So heißt es in der Dialektik der Aufklärung die Art, in der ein junges Mädchen das obligatorische Date annimmt und absolviert, der Tonfall am Telefon und in der vertrautesten Situation die Wahl der Worte im Gespräch bezeugt den Versuch, sich selbst zum erfolgs adäquaten Apparat zu machen, der bis in die Triebregelung hinein, dem von der Kulturindustrie präsentierten Modell entspricht. Die intimsten Reaktionen der Menschen sind ihnen selbst gegenüber so vollkommen verdinglicht, dass die Idee des ihnen eigentümlichen nur in äußerster Abstraktion noch fortbesteht. Personality bedeutet ihnen kaum mehr etwas anderes als blendend weiße Zähne und Freiheit von Achselschweiß und Emotionen. Damit möchte ich jetzt zu meinem dritten und letzten Teil kommen, nämlich dazu, was sich aus meiner Sicht mit den Überlegungen der kritischen Theorie zur Subjektkonstitution Männlichkeit und Weiblichkeit heute anfangen lässt, also in einer Phase, die man vielleicht als späten Kapitalismus bezeichnen mag oder als Postfordismus Neoliberalismus. Was die kritische Theorie meines Erachtens für feministische Analysen heute so produktiv macht, ist, dass sie den Prozess einer zunehmenden Depersonalisierung von Herrschaft als einen Prozess einer Hereinnahme, wenn man so will, der Herrschaft ins Subjekt reflektiert. Das heißt, sie reflektiert das Formen personalisierter unmittelbarer Herrschaft von Außen in dem Maße Schwinden, wie Herrschaft in Gestalt der Selbstbeherrschung eben im Subjekt wieder auftaucht. Und ich glaube, damit bietet die kritische Theorie ein ganz hilfreiches Werkzeug an für ein Dilemma feministischer Analysen. Denn in der feministischen Theorie hat ja der Begriff des Patriarchats gerade in den 70er und 80er Jahren eine ganz zentrale Rolle gespielt. Und was das Wichtige am Patriarchatsbegriff für feministische Theorie war, ist, dass es ja ermöglicht hat, Phänomene, Erscheinungsformen von Gewalt, von Unterdrückung, von Ausbeutung, die Frauen erleben, eben nicht als Einzelschicksale wahrnehmbar zu machen oder als Zufälligkeiten, sondern was der Patriarchatsbegriff ermöglicht hat, war, eben diese Einzelschicksale und Einzelfänomene als Ausdruck eines gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisses zu verstehen. Gleichzeitig, und das ist natürlich auch feministischen Analysen bewusst gewesen, und die haben das auch reflektiert, steckt im Patriarchatsbegriff ein Problem, nämlich, dass sich natürlich das heutige Geschlechterverhältnis und auch das Geschlechterverhältnis der 70er und 80er Jahre eigentlich nicht wirklich mit diesem Begriff des Patriarchats, zumindest nicht mit dem Patriarchat im engeren Sinne fassen lässt. Denn Patriarchat im engeren Sinne meint ja eben die Herrschaft des ältesten Mannes oder die Herrschaft der Männer über die Frauen. Und das geht eben am Geschlechterverhältnis vorbei. Die Frage ist aber, Kritik ohne einen vergleichbaren analytischen Begriff formulieren lässt. Wenn wir über keinen Begriff verfügen, der die konkreten Schicksale und Phänomene verbindet, müssen wir dann nicht zwangsläufig bestehende Asymmetrien im Geschlechterverhältnis ausblenden. Liegt dann nicht zwangsläufig der Schluss nahe, dass wir entweder wie Christina Schröder immer schon selbst emanzipiert sind oder wenn wir eben nicht Christina Schröder sind, dass es vielleicht unsere eigene Schuld ist, dass wir eben nicht emanzipiert sind. Und ich denke, indem die kritische Theorie eben den Zusammenhang von modernem Subjekt und Männlichkeit erhält, gibt sie uns Werkzeuge an die Hand, die aus diesem Dilemma feministischer Theorie herausführen können. Wie ich hoffe, das deutlich geworden ist, finden sich in der Dialektik der Aufklärung Hinweise, dies erlauben, das spezifische Selbst- und Weltverhältnis des modernen Subjekts als ein zentrales Moment in der Konstitution von herrschender Männlichkeit zu verstehen. Also anders ausgedrückt, das moderne Subjekt ist eben strukturell männlich. Subjekt sein und im Verhältnis zu sich selbst und zur Welt ein Mann sein, ist eben dasselbe. das Andere, seien es Frauen, Natur oder wilde Völker, sind eben weder volle Subjekte noch echte Männer. Gleichzeitig, und darauf bin ich ja auch ausführlicher eingegangen, verzeichnet die kritische Theorie eben für den Spätkapitalismus sowas, was man als Demokratisierung des Subjekts über Klassen- und Geschlechterverhältnisse hinweg bezeichnen könnte. Auch nichtbesitzende Männer und Frauen können sich nun eben dieses für das moderne Subjekt charakteristische Selbst- und Weltverhältnis zumindest bis zu einem gewissen Grad zu eigen machen. Der männliche und der weibliche Charakter, von dem anhand der Beispiele Odysseus bzw. Kölke und Penelope die Rede war, nähern sich im Schwertkapitalismus aneinander an, und zwar zunächst erstmal im Sinne von der Annäherung des weiblichen Charakters an den männlichen Charakter. Das bedeutet aus Sicht der kritischen Theorie jedoch keine Auflösung von Asymmetrien im Geschlechterverhältnis und eben schon gar keine Emanzipation, die zu Recht als solche bezeichnet werden könnte. Viel viel eher lässt sich dies mit Adorno eben als eine verbogene Emanzipation oder wie es auch bei ihm heißt, als Ausdehnung des Prinzips der männlichen Gesellschaft auf ihre Opfer verstehen. Wo man hinzufügen müsste, dass es sich die männliche Gesellschaft ja auch immer vorbehält, Frauen bei geeigneter Gelegenheit dann doch wieder auf traditionelle Bestimmungen des Weiblichen zu verweisen. Wir haben es also im Spätkapitalismus zum einen mit einer tendenziellen Angleichung von männlichem und weiblichem Charakter, von der Demokratisierung des modernen männlichen Subjekts zu tun. Ich denke aber mit Blick auf gegenwärtige Entwicklungen lässt sich auch noch eine Angleichung in die Gegenläufe der Richtung, also eher eine Verweiblichungstendenz feststellen. Dieses spezifische Konsumentenbewusstsein und das völlig irrationale Verhalten zu wahren, das Adorno vor allem bei Frauen meinte beobachten zu können, legen denke ich heute zumindest beide Geschlechter an den Tag. Ebenso ist das sich selbst wie anderen zur Ware und zum Tauschobjekt werden, nicht mehr ein zweifelhaftes Vorrecht der Frauen, wie ein Blick in einschlägige Männern Zeitschriften zeigen kann, sowas wie Men's Health. Neben den nahezu unvermeidbaren leicht bis nicht bekleideten Frauen finden sich dort eben heute auch Kochrezepte für körperbewusste gesunde Ernährung, Workouts für die richtige Figur und Mode für den stylischen Hüpster Typen von heute. Und auch vom Arbeitsmarkt geht denke ich heute ein gewisser Feminisierungsdruck aus, wenn man das mal so nennen will. Was mit den Diskussionen im Zusammenhang von Feminisierung der Arbeit gemeint ist oder worauf dieser Begriff Feminisierung der Arbeit ja hinweist, ist, dass gegenwärtige Arbeitsverhältnisse eben Züge tragen, die in der Vergangenheit typisch für sogenannte Frauenberufe wahren. Flexibilität, Kommunikations- und Anpassungsfähigkeit sind Anforderungen, die der oder die ideale Arbeitnehmerin der Gegenwart eben erfüllen muss. Das heißt gleichzeitig aber eben auch Eigenschaften, die traditionellen Geschlechterbildern folgen, vor allem Frauen zugeschrieben wurden und die aufgrund dieser Tradierung auch in der Entwicklung von Mädchen denke ich nach wie vor stärker gefordert und gefördert werden. Dem He-Man von Adorno gehen solche Eigenschaften wie Flexibilität, Belastbarkeit und all die zwischenmenschlichen Soft-Skills, die Arbeitnehmer in heute mitbringen sollen, tendenziell ab. Entschuldigung. Insofern könnte man fragen, ob vielleicht hinter gleichstellungspolitischen Maßnahmen wie dem Elterngeld mit seinen Vätermonaten, was ja schon eine Veränderung in Mechanismen der Gleichstellungspolitik irgendwie andeutet. Es wird ja versucht, Männer jetzt auch in die Verantwortung, zumindest für mindestens zwei Monate, für die Kinderbetreuung zu nehmen. Aber ich frage mich halt, ob hinter solchen gleichstellungspolitischen Maßnahmen nicht vielleicht auch, also eine gewisse, natürlich nicht bewusst, aber ob die sich nicht auch als eine Männerförderung begreifen lassen, insofern sie eben den Empathie- und Belastbarkeitsdefiziten des He-Man begegnen und diesen so als eine Arbeitskraft für feminisierte Arbeitsverhältnisse qualifizieren sollen. So gesehen haben wir es mit zunehmend queeren Verhältnissen, könnte man vielleicht sagen, zu tun. Frauen haben sich die männliche Struktur des Subjekts zu eigen gemacht, verfügen aber gleichzeitig noch über traditionell als weiblich angesehene Eigenschaften und sie bringen damit genau das mit, was gegenwärtige Arbeitsverhältnisse fordern. Der He-Man andererseits findet sich in feminisierten Arbeitsverhältnissen wieder, wobei Feminisierung und da eben doch ganz traditionell vor allem Prekarisierung und Deklassierung bedeutet. Eher untraditionell dagegen sollen Männer heute Eigenschaften wie Einfühlungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit mitbringen. Die Frage wäre jedoch, ob wir es bei diesen Entwicklungen mit einer Auflösung der Polarisierung von männlich und weiblich zu tun haben oder nicht lediglich mit deren Flexibilisierung. In dem Aphorismus Novissimum Organum der Minima Moralia spricht Adorno davon, dass die Menschen sich selbst immer mehr zum Ding machen. Dass ich nehme den ganzen Menschen bewusst in den Dienst, wodurch Eigenschaften von der echten Freundlichkeit bis zum hysterischen Wutanfall bedienbar würden, bis sie schließlich ganz in ihrem situationsgerechten Einsatz aufgehen. Und ähnlich erscheinen mir eben heute traditionell als männlich beziehungsweise als weiblich angesehene Fähigkeiten und Eigenschaften etwas zu sein, dessen situationsadäquate Mobilisierung eben jeder und jedem Einzelnen abverlangt wird. Dass Frauen heute also auch männliches Subjekt sein können und dieses männliche Subjekt heute auch bei passender Gelegenheit weibliche Eigenschaften an den Tag legen soll, sollte meines Erachtens nicht mit erfolgreicher Emanzipation verwechselt werden. Und um zu einer Vorstellung zu gelangen, was Emanzipation im oder vom Geschlechterverhältnis bedeuten würde und dass diese notwendig auf eine Emanzipation von der bürgerlichen Gesellschaft verwiesen ist, dafür lässt sich eben meines Erachtens wieder an Überlegungen der kritischen Theorie anknüpfen. Und hier gibt es jetzt eben kein Bild, sondern da greift das Bilderverbot. Bei Adorno heißt es eben Hoffnung ziele nicht darauf, dass die verstümmelten Sozialkarakter der Frauen den verstümmelten Sozialkarakteren der Männer gleich werden, sondern dass einmal mit dem Antlitz der leidenden Frau, das des tatenfrohen tüchtigen Mannes verschwindet, das von der Schmach der Differenz nichts überlebt als deren Glück. Was hier anklingt ist, dass Emanzipation eine Gesellschaft meinen würde, in der sowohl männlicher Charakter als auch weiblicher Charakter, sowohl Männlichkeit als auch Weiblichkeit in der Gestalt oder in den Gestalten, wie sie die Menschheit bei aller Veränderungen im Detail jetzt seit den Zeiten der Odyssee mit sich herumschleppt, dass eben diese Vorstellungen für Männlichkeit und Weiblichkeit endlich der Vergangenheit angehören würden in der emanzipierten Gesellschaft. Damit würden zwar nicht Unterschiede, seien sie jetzt körperlicher oder welcher Art auch immer, verschwinden, wohl aber die Hierarchisierung und Beschränkungen, die durch das Geschlechterverhältnis mit solchen Unterschieden bis dato gesetzt oder verbunden waren. Dass eine derartige Emanzipation zugleich eine gesamtgesellschaftliche Emanzipation bedeutet, das ist für Adorno eigentlich selbstverständlich und das führt er auch nicht näher aus, sondern bei Adorno finden sich dafür eher so kurze prägnante Formeln wie eine Emanzipation der Frau, Kraft der Emanzipation der Gesellschaft. Das ist anders bei Marcuse. Ich denke in Marcuses Kritik der spätkapitalistischen eindimensionalen Gesellschaft kommt im Geschlechterverhältnis eine zentralere Rolle zu. Ganz knapp zusammengefasst begreift Marcuse die bürgerliche Gesellschaft als eine von einem männlichen Prinzip, nämlich dem kapitalistischen Leistungsprinzip beherrschte. Prämiert werden eben darin Effizienz, Wettbewerb und Erwerbstreben, das was Marcuse als repressive Produktivität bezeichnet. Unterdrückt und beherrscht hingegen wird das Lustprinzip, das bei Marcuse für Kreativität, Sinnlichkeit und Rezeptivität steht, was eben ihm zufolge Eigenschaften sind, die aufgrund der Geschlechtergeschichte weiblich konnotiert sind. Und in dem Maße, wie die bisherige Gesellschaft von dem männlichen Leistungsprinzip dominiert war, beschreibt Marcuse dann in Aufsätzen und Reden in den 1970er Jahren eine freie Gesellschaft als die bestimmte Negation dieses männlichen Leistungsprinzips. Das verdrängte und beherrschte von Marcuse als weiblich verstandene Lustprinzip würde eben in dieser Gesellschaft zur freien Entfaltung gelangen. Und Marcuse macht da ausdrücklich klar, dass er damit keine Ersetzung des Patriarchats durch einen Matriarchat anstrebt, sondern dass es ihm vielmehr um eine Auflösung der alten Polarisierung von männlich und weiblich geht, und zwar dadurch, dass die traditionell mit Männlichkeit und Weiblichkeit verbundenen Potenziale und Eigenschaften ihre Realisierung in der Gestaltung der Gesellschaft gefunden haben. Das heißt, die Vision Marcuses, die er in Abgrenzung vom damals ja noch real existierenden Sozialismus formuliert und dieser noch real existierende Sozialismus hat ja auch den Fokus immer wieder auf Produktivitätssteigerung, also diese ganzen Fünf-Jahres-Pläne und Kampagnen gelegt. Das wäre für Marcuse steht also der real existierende Sozialismus auch noch eigentlich unter dem Bann dieses männlichen Leistungsprinzips mit seinem Fokus auf Produktivität. Seine Version dagegen, die er eben in Abgrenzung hiervon auch als einen feministischen Sozialismus bezeichnet hat, würde mit der vorherrschenden gesellschaftlichen Arbeitsteilung und Wertestruktur zugleich das bestehende Geschlechterverhältnis hinter sich lassen. Und umgekehrt ist eben für Marcuse eine Aufhebung des bestehenden Geschlechterverhältnisses nicht vorstellbar, die nicht zugleich die gesellschaftliche Arbeitsteilung und Wertestruktur von Grund auf transformieren würde. Und auf nichts weniger zielt eben Emanzipation im Sinne der kritischen Theorie. Jetzt dürft ihr klatschen und rauchen und und das number R